So, hab ich auch gar nicht angefangen hier. Monster Spawner? Carmo? Es fehlt mir eigentlich noch einer. Danke. Nö, Camping war es auch nicht. Oh, wie hieß das Ding denn? Kann ich dir nicht sagen. Tent? Habe ich schon geguckt. Da ist ein Pisten. Bücherregal. Muss ich halt jetzt wirklich nochmal durchgucken. Noteblock. Das sind aber die normalen Sachen. Weißt du, das letzte Mal habe ich es so schnell gefunden, ne? Das ging zu schnell. Und jetzt weiß ich schon nicht mehr, wie das Ding heißt. Ender Chest. Command Block. Ist alles uninteressant. Nether Quartz. Block of Redstone. Das sind die ganzen, das sind die Kisten. Portal Frame. Lucky Block. Was? Hast du gesagt? Ugly Block. Ugly Block. Genau. Oh, ein Ritualstein gibt es ja auch. Yay. Weißt du, ich finde schon wieder allem möglichen Mist. Aber das, was ich brauche, ne? Das finde ich natürlich nicht. Das finde ich natürlich nicht. Ein Teleposer. Ein Teleposer. Ein Teleposer. Ich habe mir jetzt gerade was aufgefallen. Ja, was denn? Ich wollte gerade eine Basis bauen. Ja. Auf einer fliegenden Insel. Ja. Okay. Ich habe von oben nach unten geholt. Ich habe oben einen Block drangesetzt. Und habe dann weiter runter gebucht und eine Treppe da hoch, ja? Ja. Dann bin ich dann einmal hochgegangen und sehe so. Hä? Wieso ist das nicht mehr an der Insel dran? Jetzt will ich gerade wieder die Treppe runter gehen. Es ist noch weiter weg gegangen. Die Inseln bewegen sich, die fliegenden Inseln. Auch nicht schlecht, oder? Ja, ist aber jetzt gegen meinen Plan. Ist das nicht immer? Ja, eigentlich schon. Omega. Gibt es eigentlich hier auch Steine, oder gibt es hier nur Erde? Gut, dass ich hier fast schon wieder tot bin. Supplies. Carmo. Jump Block. Mario. Quake Flag. Ja klar, Bedrock. Creeper Flag. Nuklear Flags. Reset Block. Gott. Gibt es nur eins. Ich muss mal eben schnell... Kees. Ja, geht nicht anders. Was es hier nicht alles gibt, ne? Das ist so furchtbar. Ich such doch nur das... Und was habe ich mich jetzt gemorpht? Was? Ich gucke gleich nach. Jetzt kann ich fliegen. Auf meinem Kanal. Was denn? Wie das Ding heißt. Ender Query. Ding da hinten. TNT Generator. Alles finde ich hier. Das. Was ist das? Ich habe ein Trifit gefunden. Ich möchte nur wieder zu dir in die Mission, genau. Ich habe ein Trifit gefunden. Ein Trifit. Was ist das? So, was haben wir hier? Block Breaker. Wahrscheinlich werden meine Abonnenten jetzt schon zum zehnten Mal in die Kommentare schreiben, wie das Ding denn hieß. Aber übrigens, man kann auch Termitennester, ne, kann man nicht spawnen, äh, bauen. Was? Ich dachte man kann jetzt Termitennester bauen. Okay. Gucke mir echt gleich die Folge an und gucke, was ich da gebaut habe. Das ist das ganze Woodzeug. Da haben wir schon ein Crafting Table. Ein Obelisken. Carpenter Block. Weißt du, wenn es halt hier nicht so, so, so viele Sachen geben würde. Dann wäre es ja einfacher. Ja, ich glaube auch du. War das der Bunker? Ne, der Bunker. Ne, ne, ne. Das war, das war zu teuer. Eine Zeitbombe. Da, 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 da. Ein Chicken Tea. Spawn dann aus dem TNT Chicken oder wie? Vielleicht. Ich will es nicht ausprobieren. Der Engine. Oh ne, ich hab, ich hab schlechte Erfahrungen mit den Chickens. Das war's auch nicht. Gaut jetzt in Folge so und so nach. Bitte? Nix. Ich hab nur gesagt, schaut jetzt in Folge so und so nach. Damit die Leute auch wissen, warum du so schlechte Erfahrungen hast. Ja, das stimmt. Das stimmt. Das sind die ganzen Spawn-Eier. Da ist das. Das sind die ganzen Zäune. Da ist auch nichts dabei. Da ist ein paar Mal. Vielleicht gibt's das ja gar nicht mehr. Oh, ein Present gibt's ja auch. Ich erschiet schon mal eben einen Tag. Mach mal, ich stehe eh die ganze Zeit hier rum und gucke in meine Rezeptliste. und ich finde es nicht so das ist mir jetzt zu doof so mal kurz an den zweiten rechner gehen und dann youtube dann auch meinen kanal ein kanal guckste eigene videos ich gucke jetzt mein eigenes video an ja treibt aber die views nicht höher das geht nicht macht nix so playlists crazy craft so jetzt ist natürlich nur die frage das müsste eigentlich in der folge gewesen sein wo ich mir den war das der hier so da habe ich mir die troll faces gebaut da habe ich quasi die schwerte gebaut nur gucken wo ich jetzt dann das ding gespawnt habe das haus in der folge müsste es ja gewesen sein was soll er nicht auch die plattformen gespawnt auch weiß nicht wo ich was gespawnt haben wir in der folge schon da steht das ding schon folge ameisen und b meiser da steht das ding noch nicht habe ich das da gebaut auf jeden fall bin ich in der folge gestorben an der biene da waren wir auch in anderen dimensionen oder nee oh gott das ist gerade echt schlimm ich stehe hier rum und tue nichts passiert schon was ach ja das war in der das war die folge in der du mich ein bisschen getrolt hast mit den mit dem platten kommt schon nicht getrolt also jetzt aber auch hier du doch nicht niemals so was tun place moment war das doch in der da war das in der batterie batterie ist mehr weil ich wollte mich hier gerade heute sich einrichten rüstlich einrichten er geht es nicht mehr wenn ich jetzt wollen nicht kaputt machen kann da habe ich auf alle fälle mit dem raketenwerfer gespielt aber da steht an unserem haus noch nix heute in der folge gemacht eine gute frage das ist ja interessant hier auf diese insel wo ich bauen wollte da war oben loch drin da floss wasser runter jetzt ist die insel so weit weiter gewandert dass das noch nicht mehr da drin ist das wasser war immer weg ich muss das nicht verstehen das ist ja das ist crazy sondern lasst mich hier mal tippen ich habe es gefunden instant survival shelter nicht tent sondern shelter das ist einfach hier ein ja logisch kann man natürlich auch so nennen ja also ich war einzig wo ich vorhin die ich sterbe gleich ich sterbe gleich ich habe mich wieder selbst vergast du bist ja super jetzt habe ich das ganze gas im haus ne komme ich vielleicht von der seite an die kiste ran zu essen habe ich auch nichts mehr oder wie ach du scheiße siehst du bist voll vorbereitet aber sowas von das ganze redstone hier die zange mit das holz nehme ich mal mit wie mag man noch mal bei der ringen sand erde gravel und kobbel naja gibt es ja hier alles nicht so ich brauche jetzt erstmal ein paar redstone blöcke mach das zack so dann brauchen wir einmal noch ein paar sticks zack und kobbelstone so dann machen wir uns mal zwei zelte und zwei sticks ach so das geht wieder nur mit dem normalen holz ach gott hab mich doch einfach gern einfach gern einfach gern wir haben nur überall dieses komische red redwood zeug ne das ist von dem baumhaushalt quasi das ist pfui haben wir hier noch normales holz ja auch gut auf ein neues ich bin jetzt sicherlich zehn minuten herum gestanden aber bestimmt ja bestimmt ne wenn nicht noch länger zwei dann hier zwei und ne die will ich nicht hier zwei so ich komme doch mal wieder in in your dimension ne endlich machen wir aus jetzt hänge ich hier wieder an der kiste das ist so grausam crazy craft es macht einen wirklich verrückt ja das heißt gar nicht crazy craft weil es zurück ist sondern weil es einfach zurück macht danach kann man kein normales mechnis mehr spielen das stimmt so einmal hier b meise anklicken ach ja können wir die von hier anklicken ne natürlich nicht ne du musst dich da reingehen ich muss da reingehen ich musste ich muss da reingehen du keine skills hast zack gib mir doch die unstable end dann gehe ich eben da rein so die große preisfrage ist natürlich jetzt wo du bist wo bin ich ihr fightet da schon wieder das Viech dieser Stinky der hat gerade einen Goldbarren gefurzt also er hat gefurzt und dann kam ein Goldbarren hinten raus na komm her komm her deswegen kann ich auch Stinky weil er so furzt ich bin da wo wir vorhin den Spawner kaputt gemacht haben greife ich diesen Stinky an er fliegt weg er fliegt weg ähm da hinten ist übrigens ein Dragon ne macht ja nichts bist du hier bei mir oder was ja soll ich uns vielleicht hier gleich Zeit hier machen weil das ist ja fast bei unserem Haus ne ich brauche nicht wo bist du denn jetzt wir wohnen jetzt hier drin wir brauchen ja kein Zeit hier ich steh neben dir ja hier hier ich wohne jetzt hier drin ne das ist das ist mir zu unpraktisch zack das ist dir zu unpraktisch sagt er ja so erstmal hier eine Tür was ist denn daran bitte unpraktisch hätte ich das halt nicht wenigstens richtig rum machen können dass wir von dem einen Haus ins andere gehen können ja wie warte mal oh Tür abbauen boah natürlich ist draußen musst du dir mal ja besorgen so besser was es ist ja noch ein Zelt aufgestellt nein ich hatte zwei dabei so ach stinkt die Furze schon wie hast du gehört ja hörst du das nicht was denn komm furz nochmal wo ist denn das Ding jetzt hin ich wollte es töten ey kackt das hinter dem Baum wie ist denn die da wie ist das angegriffen stinkt jeder ist es doch was ist denn ne das war ein anderes achso dann war es das was ich angegriffen habe wenn die mal hier bleiben würden boah da ist schon wieder so ein lurking terror ein Schlag ist ja kaputt oh es leckt schon wieder hier wie so ein wahnsinn ja nur weil du dich morphst ich könnte kotzen hör auf dich zum morphen bis zum und bis zum bis zum bis zum